Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen, unsere Freunde auf der ganzen Welt. Machen wir weiter mit Vers 3. Gestern habe ich gesagt, dass der Grund, warum sich viele Menschen das nicht aneignen können, darin liegt, weil sie nicht wirklich verstehen, wie tief sie geliebt sind. Ich erzähle dir eine ziemlich interessante Geschichte. Mehrere Male in meinem Leben hatte ich den Eindruck, dass ich jemandem, den ich nicht wirklich kannte, ein Liebesgeschenk machen sollte. Einmal war ich in Österreich und wollte gerade zum Haus meines besten Freundes zurückfahren, um das Auto zurückzugeben, das ich immer benutze. Normalerweise halte ich kurz, bevor ich dort ankomme, an einer bestimmten Tankstelle an, um das Auto waschen zu lassen. Dann mache ich noch etwas anderes. Es gibt ein ganz bestimmtes österreichisches Sandwich, das meiner Meinung nach zu den besten Dingen der Welt gehört. Also kaufe ich mir normalerweise so ein Sandwich, weil ich das nur in Österreich bekomme. Das Sandwich kostet etwa 3 Euro. Ich kaufte also mein Sandwich, verliess die Tankstelle. Dann fuhr ich durch die Waschanlage. Dann hatte ich dieses Gefühl von Gott, dass ich zurückgehen soll. Und der Dame, die das Sandwich für mich gemacht hat, 100 Euro geben soll. Nun stell dir mal vor, das Sandwich kostet 3 Euro und ich gebe ihr 100 Euro als Trinkgeld. Das ist mehr als das 30- oder 33-fache. Ich wendete also, ging zur Tankstelle und fragte die Dame, Dürfen Sie als Angestellte Trinkgeld annehmen? Sie sagte, ja, das dürfen wir. Ich sagte, danke, dass Sie mir so ein tolles Sandwich gemacht haben, hier ist das Trinkgeld. Sie schaute es sich an und nahm es nicht. Ich sagte, Sie sagten, Sie dürfen Trinkgeld annehmen? Sie sagte, aber so viel kann ich nicht annehmen. Ich fragte, dürfen Sie das nicht? Sie sagte, doch, ich darf das. Sie sagte, aber ich kann nicht so viel annehmen. Ich sagte, aber Sie haben so ein leckeres Sandwich gemacht, ich möchte es Ihnen von ganzem Herzen geben. Weisst du, was sie dann sagte? Sie sagte, ich verdiene nicht so viel. Sie wollte es also unter keinen Umständen annehmen. Ich stieg wieder ins Auto, fuhr los und fühlte mich irgendwie traurig. Ich sagte, Herr, ich weiss, dass du mir gesagt hast, ich solle zurückfahren und ihr das Trinkgeld geben. Warum hast du mir das gesagt, obwohl du wusstest, dass sie es nicht annehmen würde? Weisst du, was der Herr antwortete? Er sagte, ja, ich wusste, dass sie es nicht annehmen würde. Aber ich wollte dir zeigen, wie die meisten meiner Kinder leben. Sie denken nicht, dass sie meiner Segnungen würdig sind, deshalb nehmen sie diese nicht an. Das traf mich tief ins Herz. Denn viele Jahre meines Lebens habe ich nicht in dem gelebt, was Jesus für mich hatte, weil ich nicht dachte, dass ich es auch verdient hätte. Der Grund, warum ich dachte, ich hätte es nicht verdient, war, dass ich nicht dachte, ich sei liebenswert und geliebt. Es liegt so tief in unserer menschlichen Natur, dass wir immer denken, dass wir uns etwas erarbeiten müssen, für etwas arbeiten müssen, etwas verdienen müssen. So erleben wir nicht alles, was Gott uns in Jesus Christus bereits gegeben hat. Irgendwie denken wir dann, dass die Bibel nicht wahr ist. Obwohl es in Wirklichkeit nur mit unseren falschen Herzensüberzeugungen zu tun hat. Mein Freund, schreibe dir bitte diese Wahrheit ins Herz. Dass jeder geistliche Segen am himmlischen Ort dir nicht gegeben wurde, weil es etwas mit dir zu tun hat. Aber es hat mit seiner Liebe zu dir zu tun. Es ist ein Liebesgeschenk, kein verdientes Geschenk. Wenn du dir nicht völlig sicher bist, wie sehr du von Gott geliebt bist, wie kannst du dann glauben, dass du bereits alle geistlichen Segnungen hast? Deshalb hasse ich Religion so sehr. Denn in der Religion bist du nie gut genug, um von Gott zu bekommen, was dir bereits gehört. Aber du kannst nicht für ein Liebesgeschenk arbeiten. Ein Liebesgeschenk bedeutet, dass jemand dich genug liebt, dass er dir einfach ein schönes Geschenk macht. Kürzlich fühlte ich vom Herrn, dass ich jemandem, den ich nicht wirklich gut kenne, ein grösseres Geschenk machen sollte. Einer Mutter, einem Vater und einem Kind. Eigentlich für einen Traum, den diese Familie schon seit 15 Jahren oder mehr träumt. Also habe ich angeboten, das zu bezahlen. Zwei Monate später oder einen Monat später haben sie es immer noch nicht angenommen. Heute habe ich ihr in die Augen geschaut und gefragt, warum, was ist los? Weisst du, was sie gesagt hat? Weil es mir peinlich ist, es anzunehmen. Ich fragte, wie kann es dir peinlich sein, es anzunehmen? Du hast nicht um etwas gebeten. Ich habe mich entschieden, es dir zu geben. Und dann sagte sie, Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie so viel Liebe von jemandem erfahren. Ich sagte, dann wird es Zeit, dass du sie annimmst. Alle Segnungen des Himmels, die uns gehören, sind ein Liebesgeschenk. Wenn du die Liebe nicht annimmst, wirst du auch die Geschenke nicht annehmen. Denk darüber nach. Bis morgen.